schatz kochst du ja das ist aber nett dass du trotzdem für mich kochst in den kommentaren haben die alle gesagt für den ekelhaften typen würde ich nichts mehr kochen wo ich gesagt habe das essen riecht nach scheiß und schmeckt nach scheiß wer will alles zu meckles ich was willst du mit dem ganzen essen jetzt machen du stopp seit wann erlobst du den kindern jedes mal zu meckles zu gehen und wieso hast du jetzt so viel gemacht für dich alleine werfen du bist aber auch so fressen oh gott er kommt nicht mehr durch er kommt nicht mehr durch lauf 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 aber die kinder wollen ja nicht dann essen essen jetzt sind sie los